Hallöchen ihr Freunde und willkommen zurück zu Mario's Hunt for the Magical Key. Heute mit 5-3 einem Bühlen-Level. Ja, da kommt schon ein Pilz angefließt. Und ich flieche, flieche, flieche über die Welt. Ins Kohornfeld. Muss ich irgendwo rein oder muss ich da hochspringen? Das ist ja irgendwie hoch, ne? Durch da? Das geht doch nicht. Äh, geht doch nicht. Was ist denn hier jetzt verkehrt? Ach, den Sprung schafft man. Ja, gut. Aber ganz knapp. Das sah nicht so aus, als wenn man das schafft. Nö, gleich wieder meckern, der Trupp. Voll der Pimper. 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 Ja, Pin. Ah! Hey, ganz ruhig. Also diese blauen Pflanzen, das sind die gefährlichsten. Auch Klumpi sind ja da. Hier springt der eigentlich immer so ein Stück zurück. Stößt, Klumpi. Tschüss. Klumpi hat sich abgesetzt. Nach da unten. Weh, Klumpi, du bist ja noch da. Sag doch was, Klumpi. Nummer 90. Danke. Hör, bleib, 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 bleib. Soundeffekt hier so. Das ist ja geil. Warum? Warum ist hier jetzt kein Block? Das ist doch schon wieder Mist. Muss ich hier rein, ja? Hä? Muss ich da rein? Habe ich jetzt verschissen? Hier geht's nicht hoch. Ach so. Ja, den hat er auch geil gesetzt. Manche Leute setzen die direkt an die Rücken. Nö, ich setze ihn da, kannst du nicht. Du kannst ihn länger suchen. Gerade noch so ausgewichen. Tschüss, Klumpi. Wupp. Das hat ein Drehsprung sein sollen. Ist ja besser, Grafen. Tschüss, Klumpi. Hallo, Gumba. Wow, der Spock, Spock, Spock. Zweimal gespuckt ist dreimal gejuckt oder so ähnlich. So, haben wir's? Bling, bing, bing, bing. Nö, jetzt kommt bestimmt ein Midwaypoint. Yeah. Haben wir geschafft. Und die Röhre findet jetzt nichts. Da sind jetzt einfach nur zwei große Holzblöcke vor uns. Gar nicht mal so falsch. Nicht genau, links ist bestimmt falsch. Rechts ist richtig. Meine Güte. Bist du einfallenslos, Alex. Bruder, er hat's extra rechts hingesetzt, weil er denkt, dass alle Leute denken, dass es links ist, weil rechts ja normal wäre. Und deswegen hat er das doch rechts hingemacht, weil alle Leute erst links gucken würden. Das ist mir zu hoch. Und deswegen schwimm ich hier unten. Fischi! Nö! Meine Güte, Fischi. Ich geh dann mal, ne? Tschüss, Leute. Und wo bin ich denn jetzt eigentlich raus? Bei einer Yoshi-Coin, das ist ja schön. Moment! Blauch! Wup! Meine Yoshi-Coin! Hurra! Schwing, 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 schwing. Und tschüss! Oh, ich mein's. Der weise Klempner. Ein weiser Voraussicht mit einem Prinz. Böp! Oh, der kann man... Boing, boing! So! Oh, ne, Michael Bayne und seine Special Effects kommt hier wieder. Fischi! Mein Gott, Fischi! Wee! Nein! Das war jetzt doof. Jetzt bin ich Fischi hilflos ausgeliefert. Oder er mir. Immer so, wie man's nimmt, ne? Immer so, wie man's nimmt, Kinder. Tschupp! Oh, ein Pilz. Das ist ja schön. Also, wenn ihr vorm Ziel nochmal ein Pilz kriegt... Von wegen Ziels, von bestimmten Bosskampf. Ne, ist echt das Ziel. Aber auch immer, da jetzt nochmal ein Pilz war. Oh, jetzt krieg ich 50. 50! Naja, nicht ganz. Weil er die Stängel hier ein bisschen höher gesetzt hat, als er eigentlich sind. Das ist das Problem. Dadurch denke ich immer, ich muss länger warten und dann geht's schon wieder runter. Das ist doof. Naja. Trotzdem Bonusgame. Also, nicht wütend sein. Wir kriegen noch unsere Punkte. D, 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 d. Das war jetzt äußerst ungünstig. Naja. 250 Leben. Ich brauch eh nicht mehr so viele, glaube ich. Weiß man nicht. Die letzte Welt kann auch wieder so super-hardcore-Megascheiße sein. Das ist übrigens der Fachterminus für Welten, die mir nicht gefallen. Castlevania. Mit Skeletttypen, die wieder aufstehen. Was haben die da eigentlich? Tut's im Bauch weh? Oder warum haben die ihre Hände da so? Ah, ich hab Bauchschmerzen. Oh, das tut so weh. Bro, hilf mir. Ich hab mir nen Knochen. Der hilft gegen Magenverstimmung. Oh, dankeschön. Wow. Mach den Boden kaputt. Und jetzt hau ab. Nein, ich hau nicht ab. Könntest du vergessen. Ich bleib hier. Na, du bleib halt hier. Wo soll ich denn jetzt lang... Achso, diese Dinger, das sind Wände. Die sind durchlässig, ja? Okay. Upsa. Das hat auch uns auch... Das ist hier wieder eine geile Passage, ne? Das sieht man gern. Hallo. Und tschüss. Dap, 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 dap. Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich das so löse, wa? Ha! Mensch. Der hat doch einfach drunter durchwenden können, wenn man da einfach schnell gewesen wäre oder kann. Tschüss. Die Yoshi-Koins freuen mich. Und der zerstört den Boden nicht, aber er hier. Ne, was? Warum zerstören die jetzt den Boden nicht mehr? Versteht das nicht? Man sollte eigentlich ein Anzeichen geben, welche den Boden zerstören und welche nicht. Finde ich es jetzt präsentiert, ne? Also, dass man den irgendwie in eine andere Augenfarbe verpasst. Oder dass sie dir den Brunzdarsteller so hämisch gerinsen hat, statt so wütend zu sein. Oh, wütend! Na, so wütend sind sie ja alle. So ist es ja nicht. Badabadam. Und tschüss. Knochen gegen Bauchschmerzen. Ja. Hilft uns allen weiter. Lalalala. Jetzt fressen die hier noch den Boden, die Säcke. Mensch, ich brauch doch den Boden, sonst sterbe ich doch noch. Ups. Yoshi-Koin. Und tschüss. Die fressen ja einfach den Boden unter den Füßen weg. Also langsam wird es ja echt... Ja. Die kann ich eben gierig kriegen. Dankeschön. Also, den fand ich nett. Was wird denn das jetzt hier? Einfach durchgehen. Kann ich dran fragen. Oh, er fährt wieder hoch. Nein, der fährt wieder runter. Wenn er es durchschaut, ist das gar nicht schwer, ne? Jupp, hier muss ich rein. Das ist jetzt auch nicht schwer. Wenn wir durch. Tschüpp. Upsa. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Jupp. Jupp. Dö, 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 dö. Und weiter. Moment, ist ein Power-Up drin? Nö. Da bestimmt. Da, wo man nicht gut rankommt. Yes. So. Ich mach auch diesmal richtig. Und nicht, dass ich... Kein Gewinn draus ziehe. So. Jetzt müssen sie langsam mal am Boss kommen. Jo. Die Festung war nicht schwer. Dafür haben sie jetzt den Skelett... Warte, 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 warte. Nee, jetzt ohne Schflachs. Was ist denn das jetzt? Die letzten zwei Treffer muss ich bestimmt mit den Gumbas da oben machen. Ey, jetzt spuckt er hier sein Zeug. Und wenn die Reifen blau werden, kann ich wieder drauf springen. Oder nee, die werden gar nicht mehr blau. Ups. Also, die Gumbas... Braucht ich die jetzt noch? Nee. Braucht die nicht, ne? Nee. Komischer Boss. Den hat er bestimmt selbst designt. Der war seltsam. Nicht da. Besonders gut war er auch nicht. Aber besonders schlecht auch nicht. War okay. War komisch. Nicht haha komisch. Sondern eher so... Nicht schon wieder ein Fischi-Level. Nicht schon wieder. Und damit kann ich leben. Wer ist er denn? Ja, Mensch. Ich wollte gucken, ob der noch was kann. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Ey, Musik ist cool. Nimmt er einfach Grafiken aus Donkey Country 3 und nimmt dann Donkey Country 2 Musik. Aus Leveln, die überhaupt nichts mit Wasser zu tun haben. Sondern eher mit Tauwerk. Nee. Aber naja. Nimm ich dir nicht übel. Ich mache beide Spiele sehr gern. Blöp. 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 Mario, was sind das für Sprunggeräusche? Willst du damit jemanden beeindrucken? Wo ist der Secret Exit? Der ist verschwunden. Ich weiß es nicht. Ach, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wuiiii. Wups. Ha. Habt ihr das Schlüssel noch gefunden? Wo ist der Schlüssel? Da oben? Ah, haben wir einen Schlüssel gefunden. Okay. Ah, das machen wir beim nächsten Mal. Ich halte jetzt einfach durch. Lalalala. Lalalala. Das ist aber gar nicht so schwer. Ja, 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 ja. Aber ich denke, das wird schwer, wenn man versucht den Schlüssel zu holen. Wup. Wup, 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 wup. Ich mache ein Dup-Stepp-Lied. Hallo. Oh, und ich hab gedacht, jetzt kommt wieder ein Fisch-Level. Also Alex, du hast mich positiv überrascht. Tschüüüüs. Aua! Schm-p Analytics 2 Fesser-Passagen, ne? Die bei Alex nur gar nicht mal so schlecht programmiert sind... ... wenn ich das mal sagen darf. War das ein Ziel? Das war, ein Ziel? Und ich war schon mit Persil... Mario ist im Knast, sieht der die Gitter? Ich bin im Knast. Jetzt bin ich wieder frei! Das ist 6,5. Wieder ein Höhlenlevel. Naja, bei uns erstmal den Ziel. Der führt dann hoch zum Geisterhaus, was nach dem Höhlenlevel kommt. So, jetzt wird es aber kniffl... So, jetzt müssen wir uns beeilen, bevor die Dinger hier rausrasten. Besonders er hier ist der gefährlichste von allen. Den würde ich mich nie mal anlegen, wenn ich voll besoffen wäre. Naja, dann vielleicht schon. Aber... Deshalb bin ich jetzt vollkommen auf Alkoholentzug. Ich trinke nie wieder, weil ich mich jetzt mit dem Typen anlegen würde. Das würde mir nicht gut bekommen. Merkt euch das, Kinder. Kein Alkohol mehr, sonst legt ihr euch mit diesem Typen an und der schmeißt euch dann diese riesige Stahlkoholentzugesicht und dann habt ihr nichts mehr zu lachen. Mit Raypoint, mit Raypoint. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommen die Festers und ich muss gucken, wie ich zum Schlüssel komme, denn das ist wichtig für mich. Ich frage es, ob man den Schlüssel in den Fässern mitnehmen kann und die Antwort ist höchstwahrscheinlich... Ne, kein für mich. So, und jetzt nach oben, wa? Mh... So, äh... Ich will Yoshi-Coins gar nicht. So, okay. Da wären alle Yoshi-Coins gewesen, ja? Ich will eigentlich nur... Lass mich raten. Ja. Zu weit. Rap-a-dap. 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 Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Ich muss doch da hoch. Ich muss doch da hoch. Stimmt mit dem Ding hier. Aua. Ja, oder so. Das geht natürlich auch. Tschüss. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Uäh. Upsa. Und noch ein weiter. Und runter. Schlüssel. Den kann ich sogar mitnehmen. Geil. Verursacht nur minimale Grafik-Bugs, aber sonst geht's uns gut. Und Ausgang. Yeah, das war geil. War gut versteckt, das Secret-Exam. Das ging mal super. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass man mit den Kubas zurück müsste. War wahrscheinlich auch so gedacht, weil der hier sehen, wie der Schlüssel rumgebackt hat. Warenhaus? In den Warenhaus gehe ich nicht. Wollen wir doch Krimskrams verkaufen. Ich hätte ins Warenhaus gehen sollen. Habe ich euch nicht vor ein paar Parts erzählt, was ich am meisten hasse in Mario spielen? Haha, hallo. Ich darf graben. Dass ich eine Feuerblume auf mir alles wegzwiebeln kann. Zum Beispiel in ihm da. Ich hoffe, dass ich nicht allzu lange das lebe. Tschüss, Nini. Ich hoffe, das haben wir schnell hinter uns. Das Ding hat ein Secret-Exit, oder? Nee, das finde ich hoffentlich nicht. Bitte nicht. Graben, 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 graben. Graben macht Spaß, außer macht's in Mario, da macht's keinen Spaß. Und die Mucke, die geht mir voll auf den Rand. Wart sowas niemals an eure Hexen ein. Das ist ein Scheiße. Dankeschön. Na gut, das geht schon. Aber wenn ich diese Passage... Ah, das geht nicht. Ich muss hier ja wieder graben. Graben, graben, graben. Nee. Graben, 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 graben. Ich muss hier gar nicht graben. Ich muss da hoch. Ich gebe mir mal die Feuerwehr. Damit kann ich meine Feinde zerschmettern. Oder so ähnlich. Hey, du da. Patsch, komm. So. Ab, ab, ab. Jupp, jupp. Lass mich bloß durch hier. Lass mich bloß durch hier. Badam. Keine Feuerblume mehr. Ist egal. Sieht aus, als wenn sie demnächst aufs Ziel zusteuert. Wahrscheinlich muss ich da runter. Blub. Ist da unten noch was? Nö. Nur noch mal so eine Sandkohle. Na endlich geht's raus. Wieder an die frische Luft. Graben ist scheiße. Und der Hüllenduft, der geht mir in die Nase. Und ich bin der Osterhase. Moment, was? Nee. Was, wenn ist Ostern schon vorbei, Kinder? Ja, Ostern ist erstens wieder nächstes Jahr. Ja, Mensch. Das ist aber schade. Mensch, Ostern ist noch so ein schönes Fest. Da feiert man mit der ganzen Familie. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Das machen viele Leute nicht, schätze ich mal. Aber wir essen dann immer schick. Naja, aber zuerst. So. Ich bin noch von Ostern erzählt. Ich will es hier durch. Ich will das Level nicht nochmal spielen müssen. Vor allem die erste Hilfe nicht. Und hier kann ich wieder graben. Hö, schön, schön. Graben. Hö, hö, hö. Hö, hö, hö. Verflischt! Egal. Ich hab's geschafft. Du stolz auf mich. Jetzt kommt da gleich ein roter Punkt auf dein Map. Dann weine ich stark. Oh, ich muss hier nicht spielen. Ein Warenhaus. Okay. Ins Warenhaus gehe ich gerne. Na, jetzt vielleicht nicht. Ah, wir gehen ins Warenhaus. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt holt er die ganze Mario über das 2 Level raus. Aber alle zusammen. Oben ist der Schlüssel. Oben ist die Maske. Und ich muss noch ganz unten mit dem Schlüssel. Ne? Muss noch ganz unten. Äh. Hm. Äh. Falls ihr euch jetzt fragt, warum Droh sich gerade wieder so künstlich aufregt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Dieser Art von Level und diese... Ja, da ist er nämlich, ne? Da ist er! Der Kleume! Ich gehe durch die Tür. Diese Art von Level mit dem Schlüssel und der Maske. Und zusätzlich die Level mit dem Graben, die meistens auch kombiniert waren. Das waren die schlimmsten Level für mich. Also, wenn ihr mich irgendwie ärgern wolltet, so ein Level und ich kotze euch ins Gesicht. Also, dann habt ihr es geschafft. Hopp, 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 hopp. Vor allem war es meistens nicht mal schwer. Man wurde bloß ungeduldig und das ist dann nervig. Und... Äh, bada, 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 bada. Ne. Nö, 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 nö. Ich spiele das bestimmt nicht zweimal. Ja. Und das Schlimmste an der Sache waren ja einfach die ganzen Bleibungen, wenn man nach unten wollte. Nein. Onkel Trufa kackt. Ach, warum sind die so lide? Nee. Warum sind die so lide? Warum sind die nicht so lide? Ich sehe, was solide ist. Mein Hass gegen diese Level. Danke, Timer. Danke. So. Abwarten, Tee trinken, tschüss. Möp, möp, möp. Möp. So. Das Warnhaus hat bestimmt einen Secret Exit. Würde mich nicht wundern. Nö, jetzt bestimmt nicht, weil die Schlüssel in dem Level für was anderes benutzt worden. Oh ja. Oh, nö. Jetzt kommt noch ein Boss. Mööö. Mööö. Na, wer ist denn da? Oh, Michael Bay mit seinen Special Effects. Oh, Michael. Du bist mein größter Held, Michael Bay. Du machst die Special Effects. Du bist der Typ, ey. Du bist der Typ, Michael. Keiner außer dir ist der Typ. Du bist der Typ. Wer ist der Typ, Michael? Du bist der Typ. Na, verdammt, Michael, ey. Der kann mit seinen Special Effects echt gut arbeiten. Tja, Michael. Damit hast du nicht gerechnet. Was? Den trifft man doch sonst nur dreimal. Ich hab doch dreimal getroffen, oder? Bin mir nicht ganz sicher gerade. Meine Güte, Michael. Michael? Ich meine nicht Michael Jackson, sondern Michael Bay. Typ. Ja, es ist ja mal langsam gut, Michael. Wie oft soll ich dich denn noch treffen? Special Effects. Special Effects. Es ist mein Warnhaus hier. Siehst du die Kisten da hinten? Also Special Effects. Aber. Hat er es geschafft? Okay. Woher sind eigentlich die Seile da? Sollte man da hochklettern mit den Bob-Bombs, oder was? Und wieso denn? Wenn es auch so ging. Naja. Michael Bay. Der Stinker. So, nächstes Mal geht es dann weiter mit Schloss Nummer 6. Aber heute nicht mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tüdelü. Also, ich schätze.